hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video für alle die nicht wissen auf wie viele fragen sie sich für die theoretische prüfung vorbereiten müssen es sind 1112 fragen die wir hier schon gemeinsam alle richtig beantwortet haben es sind ein paar mehr als letztes jahr das liegt daran dass immer zum ersten april neue fragen mit dazu kommen die haben wir allerdings in den letzten paar videos schon durchgemacht und heute mache ich mit euch wieder eine prüfung simulation ganz kurz zur erklärung wir bekommen auch wie in der richtigen prüfung 20 fragen zum thema grundstoff und da wir heute den autoführerschein machen also sprich klasse b noch mal 10 klassenspezifische also in summe 30 fragen wir dürfen maximal zehn fehlerpunkte haben wobei eine aufgabe zwischen zwei und fünf fehlerpunkten gibt dafür haben wir 45 minuten zeit und ich lasse die aufgaben und antworten einfach wieder vorlesen und durch abgefahrene reifen durch zu hoch eingestellte scheinwerfer durch auffällige lackierung des fahrzeugs das klingt ja eigentlich ganz logisch durch abgefahrene reifen also damit ist gemeint der reifen hat ja ein gewisses profil und manche denken ja dass das profil dafür sorgen soll dass der reifen besser auf der fahrbahn hält aber das ist natürlich quatsch das profil soll dafür sorgen dass das wasser beim regen also vom regen zum beispiel zwischen dem reifen und der fahrbahn abgeleitet wird damit der reifen den kontakt zur fahrbahn nicht verliert das ist der sinn und zweck des profils also das ist natürlich richtig durch zu hoch eingestellte scheinwerfer das ist auch richtig kann zum beispiel passieren wenn du irgendwo drüber fährst zum beispiel über dem randstein oder du ja mehr oder weniger leichten stubs vorne dran bekommen hast also sprich einen leichten unfall dann können die scheinwerfer zum beispiel verstellt sein bei einem kraftrad ist es manchmal so wenn das ding hingefallen ist dann können auch die scheinwerfer verstellt sein und das bemängelt dann auch der tüv kann ihn aber auch dann gleich einstellen wenn du den den fahrzeug zum tüv bringst durch auffällige lackierung des fahrzeugs und jetzt denkst du dir natürlich eine auffällige lackierung also wenn er zum beispiel ein lamborghini in rosa rot kommt dann kann doch dadurch eine gefährdung entstehen weil die leute schauen ja dann hin und sind vom verkehrsgeschehen abgelenkt aber das ist falsch also eine auffällige lackierung laut diesen prüfungsfragen kann keine gefährdung hervorrufen womit müssen sie hier rechnen also wir sind in der stadt nachts und wir haben sehr sehr viele lichter außenrum die können ablenken hier haben wir gegenverkehr der uns blendet sehen dass sie entgegenkommende fahrzeuge erst spät erkennen dass ihr fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird dass sich ampeln von den bunten licht reklamen kaum abheben gut also das mit den ampeln das habe ich ja schon gesagt überall sind blinkende bunte lichter und dementsprechend ist die ampel wahrscheinlich auch etwas schwieriger zu sehen dass ihr fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird dass sie entgegenkommende fahrzeuge erst spät erkennen ich würde sagen das ist beides richtig und zwar stell dir mal vor dass vor diesem fahrzeug also man sieht ja dass da eins kommt aber das licht der scheinwerfer das blendet dich so stark dass du den abstand und geschwindigkeit vom gegenverkehr eventuell nicht richtig einschätzen kannst dann kann es noch sein dass vor diesem fahrzeug noch ein fahrzeug fährt welches halt noch näher an dir ist beziehungsweise ein motorrad zum beispiel welches im lichtkegel fährt und deswegen sind die anderen beiden antworten auch richtig warum müssen sie hier besonders aufmerksam sein okay also wir sehen hier in flecken auf der fahrbahn also fahrbahn schäden und wir sehen natürlich nichts hinter dem hinter der kurve weil der gegenverkehr die kurve schneiden könnte schneiden heißt dass der gegenverkehr nicht auf seiner straßenseite weiter fährt sondern ein teil von unserer straßenseite mit einnimmt spricht zum beispiel motorradfahrer machen das ganz gerne also das auf jeden fall weil die fahrbahn oberfläche ungleichmäßig ist weil der straßenverlauf unübersichtlich ist genau auch richtig also bedingt durch der kurd durch die kurve und den bäumen warum sind ältere fußgänger im verkehr mehr gefährdet als jüngere sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich ja oftmals das kann man sagen sie sehen und hören oft schlechter richtig sie schätzen die geschwindigkeit von fahrzeugen oft falsch ein das ist auch richtig und hier musst du aufpassen denn manchmal kann hier irgendwo ein zum beispiel das falsch durch richtig ausgetauscht werden also sie schätzen die geschwindigkeit von fahrzeugen oft richtig ein da muss sehr stark aufpassen weil der damit die bedeutung des satzes umgekehrt wird also lest ja am besten die frage und die antworten zehnmal durch bevor du dich auf weiter klickst vor ihrem fahrzeug flüchten mehrere rehe über die straße womit müssen sie rechnen das rudel kann zurückkommen und die straße erneut überqueren das kann sehr gut passieren ja vor allem kann es sehr gut sein dass hinter diesen paar rehen also wenn sie über die straße rennen noch weitere tiere kommen mit weiteren tieren ist nicht zu rechnen dem rudel können weitere einzeltiere folgen genau worauf müssen sie sich einstellen auf eine unebene und verschmutzte fahrbahn ja wir haben ja hier das baustellen schild dementsprechend auf jeden fall verschmutzungen auf arbeiter und baugeräte auf der fahrbahn auf einen durch polizei geregelten verkehrsablauf das muss jetzt nichts damit zu tun haben kann schon aber worauf müssen sie sich einstellen ja also ich werde es jetzt nicht anklicken weil das sieht mir aus nach einer ganz normalen baustelle warum soll da jetzt ein polizist stehende verkehr regeln das werde ich jetzt eklassen eher weniger wie verhalten sie sich in dieser situation der traktorfahrer muss zwar warten anscheinend weil er über einen abgesenkten randstein fährt allerdings wird er dich nicht sehen und dementsprechend wird natürlich die geschwindigkeit verringern beziehungsweise eventuell sogar stehen bleiben unverändert weiterfahren bremsbereit sein ja auf jeden fall geschwindigkeit vermindern ja und zwar geschwindigkeit vermindern um einen möglichst kurzen anhalteweg zu haben falls der traktorfahrer hier weiterfahren wird wie durchfahren sie enge kurven erst im scheitelpunkt der kurve geschwindigkeit vermindern der scheitelpunkt das ist die mitte der kurve also sprich ja die hälfte der kurve praktisch und wenn ich erst da die geschwindigkeit verringere dann habe ich schon mal was falsch gemacht das übrigens die gefahr auch sehr groß wenn ich dann dort bremse dass mein fahrzeug übersteuert also sprich das heck hinten rauskommt und ich mich eventuell drehe vor der kurve geschwindigkeit vermindern immer vor der kurve vor der kurve gang und geschwindigkeit anpassen das ist sehr wichtig erst beim übergang in die gerade wieder beschleunigen genau also aus der kurve raus beschleunigen kommt natürlich immer darauf an welche kurve und wie stark aber im prinzip ist das richtig wo dürfen sie hier parken sehr wichtig normalerweise darfst du ja nur rechts am fahrbahnrand parken da werbe ich hier oben das schild mit der einbahnstraße haben das ist eine ausnahme darf natürlich auch links in fahrtrichtung geparkt werden also normalerweise darfst du ja nur rechts in fahrtrichtung parken aber da wir in einer einbahnstraße sind darf ich auch links in fahrtrichtung parken in meiner fahrtrichtung auf dem linken und rechten seitenstreifen genau in meiner fahrtrichtung nur auf dem rechten seitenstreifen in meiner fahrtrichtung nur auf dem linken seitenstreifen jogger von rechts da ist ein fußgänger überweg das heißt wir müssen den jogger drüber gehen lassen wenn er über die straße gehen möchte das weiß man ja hier noch nicht er könnte jetzt auch ein schlenker nach rechts machen zum beispiel aber schauen wir mal ich halte an weil ein kind hinter dem transporter auf die fahrbahn treten wird ich fahre langsam weiter weil kein fußgänger erkennbar den fußgänger überweg benutzen möchte ich halte an weil ein mann den fußgänger überweg überqueren möchte habt ihr das kind gesehen ich habe jetzt nur den mann gesehen gab es ein kind möglich gut auf jeden fall in der praxis schaut es so aus ich sehe ja nicht was hinter dem blauen fahrzeug hier passiert dementsprechend muss ich natürlich die geschwindigkeit so anpassen dass falls da jemand dahinter ist dass ich noch anhalten kann kind muss ich gestehen habe ich jetzt gerade nicht gesehen aber wir werden auf jeden fall ich fahre langsam weiter weil kein fußgänger erkennbar den fußgänger überweg benutzen möchte ich halte an weil ein mann den fußgänger überweg überqueren möchte aber das wissen wir ja auch nicht ich halte an weil ein kind hinter dem transporter auf die fahrbahn treten wird gut dann arbeiten wir nach dem ausschlussverfahren kind habe ich nicht gesehen von langsam weiter weil kein fußgänger erkennbar also erkennbar das ist so eine sache ja dieser jogger kann über die straße rennen muss aber nicht und wenn er das tut dann müssen wir den drüber gehen lassen aber ich halte an weil ein mann über den fußgänger also ob das jetzt ein mann ist oder nicht das einmal dahingestellt das ist eine blöde frage ich werde trotzdem das letzte angekreuzt lassen kann schon sein dass ein kind kam aber wie gesagt in der praxis fest natürlich so hin dass du auf beide situationen gewappnet bist du noch anhalten kannst welche bedeutung haben weisungen von polizeibeamten sie entbinden von der eigenen sorgfaltspflicht so ein quatsch ihnen ist nur folge zu leisten wenn sie mit den aufgestellten verkehrszeichen übereinstimmen ihnen ist folge zu leisten also antwort zwei wäre eher so eine arbeitsbeschaffungsmaßnahme welches verhalten ist richtig ja siehst du brust oder rücken sollst du auf die bremse drücken und da der officer seine hand hebt ich muss mich auf die weiterfahrt vorbereiten der gelbe pkw muss die kreuzung räumen genau also ich muss warten weil ich brust oder rücken vom polizeiofficer sehe und der gelbe pkw der schon in der kreuzung ist der muss die kreuzung räumen damit wir als nächstes weiterfahren können dem abbiegen müssen allerdings warten bis der polizist sich umgedreht hat das video kennen wir schon allerdings nicht mit dem motorrad fahrern so wie verhalten wir uns nach links ausscheren quatsch da kommt der gegenverkehr verzögern beschleunigen also verzögern heißt bremsen ich habe mal jemand gefragt was der unterschied zwischen verzögern und beschleunigen ist beschleunigen heißt sag mal schneller werden und verzögern heißt einfach langsamer werden du kannst verzögern indem du die bremse betätigst du kannst aber auch verzögern indem du einfach vom gaspedal runter gehst dann wirkt ja auch die motorbremse in das fahrzeug verzögert was gilt in dieser situation okay wir haben einen fußgängerüberweg auch hier solltest du aufpassen da du leute die von links angerannt kommen nicht richtig sehen kannst bedingt durch den bus auch und da gibt es noch eine sache und zwar ja ich habe das schon ein bisschen gesehen es geht um den radfahrer du würdest ja normalerweise den radfahrer jetzt überholen im bereich eines fußgängerüberweges darfst du allerdings nicht überholen das ist überholen verboten das gilt natürlich für alle fahrzeuge also sprich für diesen du darfst diesen radfahrer nicht überholen gut ich darf die radfahrerin hier nur mit mäßiger geschwindigkeit überholen ich darf die radfahrerin hier überholen da kein gegenverkehr erkennbar ist ich darf die radfahrerin hier nicht überholen du darfst nicht überholen ihr kraftfahrzeug verliert etwas öl wie viel trinkwasser kann bereits durch einen tropfen öl ungenießbar werden das sind 600 liter welches verhalten ist richtig okay wir haben keine verkehrszeichen also sprich rechts vor links die trambahn davon vor uns fahren und vor der trambahn darf der radfahrer fahren da der radfahrer rechts vor der trambahn ist und die trambahn rechts von uns ich muss den radfahrer abbiegen lassen ich muss die straßenbahn durchfahren lassen die straßenbahn muss mich abbiegen lassen also ich muss die straßenbahn durchfahren lassen und natürlich auch den radfahrer gehen wir davon aus die straßenbahn wäre zum beispiel nicht da dann wäre nur der radfahrer und wir an der kreuzung wir wollen links abbiegen der radfahrer will rechts abbiegen das heißt als links abbieger sind wir gegenüber dem radfahrer wartepflichtig welches verhalten ist richtig wir sind auf der vorfahrtstraße und wenn wir uns das bild genauer anschauen dann sehen wir dass die straße gegenüber von uns also da wo der rote pkw rauskommt auch eine vorfahrtstraße ist also sprich das hier ist die vorfahrtstraße und wir wollen die vorfahrtstraße verlassen nach links das ist praktisch geradeaus und da wir wieder links abbiegen sprich wir uns mit dem roten kreuz müssen wir natürlich den roten zuerst durchfahren lassen der blaue lkw interessiert mich jetzt erstmal eher weniger denn der hat ja ein vorfahrt gewähren ich darf erst nach dem pkw abbiegen ich darf vor dem lkw abbiegen ich darf als erster abbiegen nein wie gesagt als links abbieger bist du dem gegenverkehr wartepflichtig welches verhalten ist richtig schauen wir uns das bild nochmal groß an wir haben keine verkehrszeichen also sprich rechts vor links rechts von uns ist keiner also dürfen wir fahren das ist so mal ganz offiziell und jetzt sehe ich halt noch diesen stromkasten hier das heißt dahinter könnte natürlich noch etwas kommen also dementsprechend müssen wir natürlich auch die geschwindigkeit anpassen und dementsprechend schauen aber ich muss den grünen pkw abbiegen lassen nein ich muss den bus abbiegen lassen ich darf als erster die kreuzung überqueren du darfst als erster worauf weisen diese verkehrszeichen hin das ist ein halteverbot auf ein halteverbot das nur für lkw gilt auf ein halteverbot das auf der fahrbahn und auch auf dem seitenstreifen gilt auf ein halteverbot das nur auf dem seitenstreifen gilt das ist ein halteverbot das auf ein halteverbot das auf der fahrbahn und auch auf dem seitenstreifen gilt mit zusatzzeichen auf dem seitenstreifen was müssen sie bei diesem verkehrszeichen beachten als anlieger dürfen sie in dieser fußgängerzone mit kraftfahrzeugen fahren diese fußgängerzone dürfen sie mit einem kraftfahrzeug nicht befahren also grundsätzlich darfst du diese fußgängerzone dürfen sie mit einem kraftfahrzeug nicht befahren da mit einem kraftfahrzeug nicht durch korrekt das müsste die einzigst richtige antwort sein es gibt noch ein zusatzzeichen wo drunter steht zum beispiel lieferverkehr frei also wenn du irgendwelche pakete oder arzneimittel an die apotheken oder ärzte auslieferst dann darfst du da durchfahren mit dem lieferschein natürlich aber da hier nichts drunter steht und das eine fußgängerzone ist dürfen natürlich auch keine kraftfahrzeuge durchfahren ok wir haben den grundstoff durch die 20 fragen jetzt machen wir die 10 klassenspezifische machst du zum beispiel den motorrad führerschein hast du natürlich hier für die klasse a dann dementsprechend die klassenspezifischen fragen sie fahren mit richtgeschwindigkeit auf der autobahn und möchten diese an der nächsten ausfahrt verlassen wie müssen sie sich verhalten richtgeschwindigkeit auf deutschen autobahnen liegt hier bei 130 ich setze die geschwindigkeit auf dem ausfädelungsstreifen deutlich herab ja und zwar wichtig ist dass es auf dem ausfädelungsstreifen passiert beziehungsweise verzögerungsstreifen es ist derselbe und nicht auf der autobahn das ist ganz wichtig ich beende überholvorgänge rechtzeitig ja also nicht dass da die ausfahrt schon kommt und du bist immer noch am überholen ich setze die geschwindigkeit bereits auf dem rechten fahrstreifen der autobahn deutlich herab genau und das machst du auf keinen fall denn da ist natürlich die gefahr eines auffahrunfalls groß beziehungsweise damit kannst du auch einen stau provozieren ganz kurz noch mal zu der zweiten antwort wann ist es denn soweit dass du dich auf dem rechten fahrstreifen einordnen sollst die geschwindigkeit anpassen sollst und nicht mehr überholen sollst da fahren ja meistens lkw auf dem rechten fahrstreifen und die fahren ja so um die 80 kmh schnell also wann sollte ich aufhören die lkw zu überholen und mich auf den rechten fahrstreifen einordnen und es ist es ja so dass vor jeder ausfahrt bekommst du ja normalerweise immer diese blauen verkehrszeichen mit den weißen barken drauf also diese weißen striche und dann bekommst du die erste dreistreifige barke wo du sagt in 300 metern kommt die ausfahrt dann kommt die nächste zweistreifige in 200 metern und dann die letzte einstreifige in 100 metern bei 300 metern also bei der dreistreifigen barke solltest du ja schon den blinker gesetzt haben und das heißt davor solltest du schon auf dem rechten fahrstreifen fahren also sprich wenn ein schild kommt nächste ausfahrt in 500 metern das ist dann meistens das ganz große schild wo mitten über der autobahn hängt oder manchmal auch rechts am rand da solltest du dann schon auf dem rechten fahrstreifen sein wie dürfen sie in ihrem pkw ein fünfjähriges kind mitnehmen in einem für das kind geeigneten kindersitz mit prüfzeichen auf einem hinteren sitz mit serienmäßigem dreipunktgurt auf der hinteren sitzbank mit angelegtem beckengurt ein fünfjähriges kind dafür brauchst du einen geeigneten kindersitz was kann in kurven zum schleudern führen zu niedriger oder stark unterschiedlicher reifendruck ja richtig auf jeden fall also reifendruck ist sehr 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 wichtig zu geringe beladung quatsch defekte stoßdämpfer übrigens der stoßdämpfer der hat ja mehrere aufgaben und wenn du einen defekten stoßdämpfer hast also der stoßdämpfer soll dafür sorgen dass wenn du zum beispiel irgendwo drüber oder in so eine so eine in schlagloch reinfährst also auf einer unebenen fahrbahn dass dieser stoß abgefangen wird und dann kann man sagen das rad langsam wieder ausfedert und wenn der stoßdämpfer defekt ist dann springt das fahrzeug weil der stoßdämpfer nicht mehr dafür sorgt dass das rad langsam ausfedert sondern das ding springt halt rein und raus und das ist natürlich sehr gefährlich was ist vorgeschrieben wenn die haftpflichtversicherung ihres fahrzeugs erloschen ist das fahrzeug darf im straßenverkehr nicht mehr benutzt werden richtig das fahrzeug muss bei der zulassungsstelle vorgeführt werden so ein quatsch also die zulassungsstelle hat nichts mit der haftpflichtversicherung zu tun das fahrzeug muss bei der zulassungsstelle abgemeldet werden es gibt zwei möglichkeiten also entweder das fahrzeug darf im straßenverkehr nicht mehr benutzt werden es geht sogar noch weiter das fahrzeug darf nicht mal im straßenverkehr stehen also du darfst es auch nicht auf dem parkplatz irgendwo da am straßenrand stehen haben das muss irgendwo von der öffentlichen straßenverkehr weg von mir aus kannst du dir ins wohnzimmer stellen oder du musst es natürlich das fahrzeug muss bei der zulassungsstelle abgemeldet werden das fahrzeug muss bei der zulassungsstelle abgemeldet werden muss es natürlich abmelden das ist natürlich Quatsch da kommen natürlich auch Radfahrer und diverse andere Dinge übrigens wenn du auf der linken Straßenseite stehst zum Beispiel eine Einbahnstraße das ist natürlich auch blöd Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen wenn es der Verkehr erlaubt das klingt gut Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen ja das sagt man immer so dass man meistens bei Kindern dass die auf dem Gehweg also auf der Gehwegseite ein- und aussteigen sollen ja kommt natürlich immer auf die Situation drauf an aber grundsätzlich ja Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und haben eine Sekunde Reaktionszeit Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Das sind 30 Meter das wisst ihr ja schon mittlerweile ich habe ja auch schon ein Video zum Thema Faustformel gemacht Wozu führt Aquaplaning Wasserglätte? Genau und Aquaplaning das ist zum Beispiel das war glaube ich sogar die erste Frage die wir heute hatten mit dem Profil Moment Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch abgefahrene Reifen Genau und wenn das Profil nicht mehr das Wasser verdrängen kann dann besteht diese Aquaplaning Gefahr also dass das Fahrzeug sozusagen aufschwimmt und Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und abbremsen Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen Die Lenkung wird schwergängig Nein die wird nicht schwergängig die wird wenn dann leichter weil das Fahrzeug ja aufschwimmt und dementsprechend auch keine Kräfte mehr auf die Fahrbahn übertragen werden können Okay Motorradfahrer von hinten der wird uns gleich überholen ich vermute mal der Vordermann wird gleich bremsen und Ja oder so Okay Wie verhalten Sie sich? Geschwindigkeit verringern Bremsbereit sein Weiterfahren Lichtzeichen geben Das war so geil Da war ich mal mit einem Fahrschüler unterwegs auf so einer Hauptverkehrsstraße und da war wir sind auf dem linken Fahrstreifen gefahren und auf dem rechten Fahrstreifen wollte eine Dame war das glaube ich rückwärts einparken und das sieht man ja ganz gut wenn sie nach rechts lenkt dann schert das Fahrzeug ja vorne nach links aus und wir kommen da so und auf einmal fährt die halt los und fährt uns mit dem vorderen Teil von ihrem Auto da auf die Fahrbahn und wir müssen halt stark bremsen und dann regt sie sich unglaublich drüber auf weil sie hätte es ja angezeigt dass sie da jetzt reinfahren möchte und dann habe ich gesagt gute Frau nur weil sie da den Blinker gesetzt haben heißt das nicht dass sie einfach da blind in die Parklöcke reinfahren dürfen also Weiterfahren Lichtzeichen geben erinnert mich jetzt ein bisschen daran auf den linken Fahrstreifen wechseln also grundsätzlich ja aber da ja links neben uns ein Motorrad fährt machen wir das natürlich besser nicht worauf sollten sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hinweisen darauf dass nach links der fließende Verkehr zu beachten ist ja darauf dass an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind darauf dass nach rechts auf Fußgänger zu achten ist ja und Radfahrer natürlich auch also du hast ja die Spiegel als Fahrer so eingestellt dass du sehen kannst was hinter dir los ist und dementsprechend sagst du halt dann deinen Fahrgästen ob sie die Tür aufmachen können oder nicht das ist ganz wichtig Worauf weist die Zahl 26 in diesem Verkehrszeichen hin? Gut also können wir schon mal eingrenzen das ist ja ein blaues Verkehrszeichen blaue Verkehrszeichen stehen ja nur auf der Autobahn auf die Entfernung von der Ausfahrt bis Düsseldorf Behnrad nein auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 ja auf die A 26 nein das ist die Ausfahrt 26 gut wir haben alle Fragen durchgemacht schauen wir mal was dabei rausgekommen ist wir geben den Bogen ab wir haben tatsächlich eine Frage nicht richtig beantwortet die gibt drei Fehlerpunkte damit ist die Prüfung bestanden wir schauen uns natürlich die Frage an so Frage 19 ah ok die Sache mit dem Halteverbot und zwar haben wir angekreuzt dass das Halten nur auf dem Seitenstreifen verboten ist aber auf ein Haltverbot das auf der Fahrbahn und auch auf dem Seitenstreifen gilt ok gut das merken wir uns fürs nächste Mal und ja ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder vergisst nicht zu abonnieren da bekommt ihr gleich Bescheid sobald ein neues Video online geht und natürlich würde ich mich auch über einen Daumen nach oben sehr freuen bis zum nächsten Mal äh